Jetzt spricht Anna-Karina Woitschak endlich über die neue Beziehung von noch Ehemann Stefan Ross. Erst vor wenigen Tagen wurde Stefan in Ägypten beim Küssen von Fotografen erwischt. Die Frau, die mit ihm in den Liebesurlaub geflogen ist, ist Eva Lunginger, eine gute Freundin von Anna-Karina und Stefan. Eva Lunginger war schon mehrmals zu Gast bei Immerwieder Sonntags und Stefan wird sogar bei der Schlagernacht am 6. Juli gemeinsam mit Eva durch den Abend führen und auch ein Duett mit ihr singen. Klingt nach dem perfekten Liebespaar. Viele haben auf eine Reaktion von Anna-Karina Woitschak gehofft. Immerhin sollen die beiden Frauen beste Freundinnen gewesen sein. Jetzt traut sich Anna-Karina langsam ihre Meinung zur frischen Beziehung von Ex-Mann Stefan auszupacken. In einer Instagram-Story veröffentlichte sie nachdenkliche Worte, die sich wohl auf ihre Freundschaft mit Eva Lunginger beziehen könnten. Freundschaft ist ein bisschen wie ein Buch. Es gibt Freunde für eine Seite, andere für ein ganzes Kapitel und dann gibt es noch die echten Freunde, die während der ganzen Geschichte dabei sind. Damit dürfte es klar sein, dass die Freundschaft mit Eva definitiv vorbei ist und es an der Zeit ist, ein neues Kapitel im Buch aufzuschlagen. Denn das Kapitel Eva Lunginger ist endgültig vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017